Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau umgebracht von ihrem Partner und ihrem Ex-Partner. Das sind also Femizide, Morde aus diesem geschlechtsspezifischen Gründen, aus frauenfeindlichen Gründen. Aber wenn man diese Morde im Namen der Ehre ausschließlich als Femizide bezeichnet, dann verschleiert man tatsächlich das Besondere an diesem Problem. Und das Besondere ist eben, dass die Familienehre angeblich verletzt ist durch diesen Verstoß gegen solche Gebote. Und das Besondere ist auch, dass teilweise oder in vielen Fällen es eine Unterstützung der Familie und des Umfelds für solche Taten gibt. Das sieht man daran, dass dann zum Beispiel bei den Beerdigungen gar keine Familienmitglieder auftauchen oder bei den Gerichtsprozessen teilweise Familienmitglieder auftauchen, aber zur Unterstützung der Angeklagten. Und was man tun müsste, ist, dass der Gewaltschutz vor allem deutlich verbessert werden müsste. Also Terre des Femmes, die Frauenrechtsorganisation, verweist zum Beispiel darauf, dass häufig es im Vorhinein schon Warnsignale gibt, die aber da nicht ernst genommen werden.